Wir haben ja das Problem, jetzt spreche ich wieder überwiegend vom Öffentlich-Rechtlichen, dass wir eine Regierungsnähe haben. Nicht nur dadurch, dass überwiegend so kommentiert wird, wie es der Großen Koalition entspricht, im Meinungsspektrum, sondern auch dadurch, dass wir vollkommen der Agenda auf den Leim gehen, die die Politik vorgibt. Das heißt, die Themen, über die berichtet wird, werden von der Regierung vorgegeben. Also wir gehen der Agenda auf den Leim. Es ist schon erschreckend, wie viele vernünftige Menschen tatsächlich glauben, dass wir hier regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Und es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt an der Stelle doch nochmal sagen, weil es ja in der öffentlichen Diskussion ist, es gibt tatsächlich Anweisungen von oben, auch im ZDF, sagt der Chefredakteur, Freunde, wir müssen so berichten, dass es Europa und dem Gemeinwohl dient. Und da braucht er in Klammer gar nicht mehr dazu sagen, wie es der Frau Merkel gefällt. Ich muss sagen, ich freue mich außerordentlich, dass das mit uns zu dritt hier klappt, weil ich habe sehr lange für die ARD gearbeitet und Sie beide noch länger. Ich glaube, zusammenbringen Sie es auf über 50 Jahre. Ich glaube, so kann man das sagen. Knapp, ja. Für alle, die Sie nicht kennen, weil Sie ja hinter den Kulissen gearbeitet haben, vielleicht können Sie, Herr Breutig, am Anfang, was haben Sie damals in der ARD NDR, was haben Sie dort getan? Ich habe angefangen 1975 bei der Tagesschau in der Zentralredaktion in Hamburg. Der Tagesschau. Der Tagesschau in Hamburg. Man glaubt, man steht im Wald und ist der Himbeer-Toni. Deswegen die Frage nochmal, Vorsatz oder nicht? Natürlich ist das Vorsatz. Dass dann bestimmte Nachrichten nicht gesendet werden. Das ist völlig klar. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel im ZDF diese Satiresendung, die Anstalt, oder auch andere Satiresendungen heute den Charakter echter Nachrichtensendungen haben. Eine höhere Glaubwürdigkeit genießen. Ja, natürlich. Aber ich bin... Ich verstehe es, ich verstehe es. Daran kann man doch wunderbar sehen, wie vollkommen verkehrt diese Welt geworden ist inzwischen. Wenn es so weit kommt, dass ein Satiriker die reine Wahrheit verkündet und der Tagesschau-Mensch im Grunde genommen den Fake vermittelt. Ja. Ja. Hier, die Redaktionen werden von Leserbrief-Protesten geradezu überschwemmt. Naja, das sind ja auch alles völlig unabhängige Journalisten. Die lassen sich ihre Meinung nicht von den Lesern vorschreiben. Von den Lesern nicht. Bitte? Kennen Sie folgende Organisationen? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. Das kenne ich. Was? Da kann man sich Ski allein. Oh Gott. Wir haben jetzt nicht Zeit, alle einzeln zu erklären. Ich würde das zusammenfassen. Darf ich zuspitzen? Ja, da warte ich schon lange drauf. Okay. Also, wir sagen mal so. All diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Nicht? Mehr Rüstung. Das sind sozusagen NATO-Versteher. Hier, in diesen Vereinigungen, da treffen sich Militärs und Wirtschaftsbosse und Politiker in diskreter Atmosphäre. Ah, transatlantische Swinger-Clubs. Toll! Ja? Oh, nein. Kann ich da mitmachen? Nein, die nehmen nur einflussreiche Eliten. Ich habe eine Fernsehsendung, reicht das nicht? Nur wenn Sie das heute-Journal moderieren würden. Moment mal. Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit und der Nonnenmacher von der FAZ. Der Auslandschef der FAZ der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen? Jede Linie, ja. Na ja gut, die sind dann nur da, um zu recherchieren. Nein, die recherchieren da nicht. Die sind da Mitglieder, Beiräte, Vorstände. Mein Gott, der Joffe ist aber viel unterwegs, was? Hat der überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Was glauben Sie, warum die Zeit nur einmal wöchentlich erscheint? Der Herausgeber der Zeit ist also bei mehreren Lobbyorganisationen. Ja. Aber das ist doch ein unabhängiger Journalist. Dann führt das nicht zu Interessenkonflikten. Nein, Interessenkonflikte gibt es nur da, wo es verschiedene Interessen gibt. Ah, was ist das da eigentlich? Bundesakademie für Sicherheitspolitik klingt da ein bisschen wie ein literarischer Salon mit Handfeuerwaffen. Ja, ungefähr. Also es gehört dem Bund, ja, und soll ein umfassendes Verständnis schaffen für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Ah, und der Cornelius und der Frankenberger, die sind voller Verständnis? Die sind voller Verständnis. Die sitzen ja auch im Beirat von der Bundesakademie und müssen laut Satzung dann auch die Bundesregierung beraten. Moment mal, dieselbe Bundesregierung, die Sie als Journalisten kritisieren müssen? Ja, es gibt nur die eine. Gut, dass die BILD da nicht mitmacht, was? Ja. So, hier, Kai Dickmann von der BILD-Zeitung ist natürlich... Ach, was? Was ist das? Taliban oder... Ach, jetzt haben Sie auf. ... oder Vielmann? Nein, der sitzt natürlich hier im Vorstand von der Atlantikbrücke, nicht? Und die BILD-Zeitung selber, das ist sehr interessant, in den Unternehmensgrundsätzen steht drin, dass Sie als Journalist das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Das transatlantische Bündnis, das Sie als Journalisten auch kritisieren sollen? Es gibt nur das eine. Sonst, wer ist das denn da eigentlich? Oh, das ist schön, das ist Jochen Bittner von der ZEIT. Kenn ich nicht, mag ich nicht. Oh, komm, jetzt. Hier, Sie wissen noch die Rede vom Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Oh, ja, ja. Oh Gott, mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Ja, die ist vorbereitet worden von einem transatlantischen Think Tank, German Marshall Fund of the United States. Und da war zufällig jemand dabei, Jochen Bittner von der ZEIT. Ja, Moment, aber er wird doch genügend Anstand besessen haben, sein Schreiben für Gauck zu trennen von seinem Schreiben für die ZEIT. Äh, das wär schön. Nee, er hat, nachdem Gauck seine Rede gehalten hat, äh, naja, positiv über Gaucks Rede berichtet in der ZEIT. Moment mal, ein Journalist der ZEIT arbeitet an einem Strategiepapier mit, das die Außenpolitik Deutschlands neu ausrichtet und schreibt dann hinterher wohlwollend über diese Strategie. Ja, vergiss dabei leider nur zu erwähnen, dass er an der Strategie selber mitgebastelt hat. Sagen Sie mal, ist das denn nicht verboten? Ja. Ach, sehr schön. Aber nicht bei uns. In der New York Times zum Beispiel, da dürften Sie als Journalist sowas gar nicht. Ja, und bei uns? Da heißt das Qualitätsjournalismus. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Aber Sie haben's schön gesagt. Ja. Aber ich denke, wenn die Berichterstattung von jemandem im Journal bestimmt würde, dann hätte der oder die ja irgendwann mal zum Beispiel mit mir sprechen müssen. Das ist nie passiert. Nie. Solche Anweisungen gibt es, gab es auch zu meiner Zeit, es gab eine schriftliche Anweisung, dass das ZDF der Herstellung der Einheit Deutschlands zu dienen habe. Das ist was anderes, als zu berichten, was ist. Wir durften damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer sagen. Heute darf man nichts Negatives über die Flüchtlinge sagen. Das ist Regierungsjournalismus. Und das führt dazu, dass Leute das Vertrauen in uns verlieren. Das ist der Skandal. Wir haben keine Ahnung, woher sowas kommt. Und mit dieser Bemerkung handle ich mir wahrscheinlich schon wieder viel Post ein. Und mit dieser Bemerkung.